Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute eine weitere New Super Mario Bros. U Herausforderung. Am heutigen Tag Zeitattacke Miniaturbergsteigen, eine Drei-Sterne-Herausforderung. Erreiche den Zielring innerhalb der vorgegebenen Zeit im Mini-Format und ohne den Boden zu berühren. Das sollten wir doch hoffentlich irgendwie hinbekommen, wir dürfen nur 25 Sekunden dafür opfern. Was mir sehr entgegenkommt, weil ich in rund einer Viertelstunde sowieso, so wie, so wie so, so wie so gehen muss. Ja, warum muss ich gehen? Ganz einfach, weil meine Wäsche dann fertig ist. Genau. Es ist Wochenende und der Hering muss sich ein bisschen um seinen Haushalt kümmern, während er nebenbei Let's Plays aufnimmt. Au. Das hätte sowieso schon viel zu lang gedauert für 25 Sekunden. Ich muss es irgendwie fixer machen. Ich glaube von den Paracupas aus direkt dann Wandsprung und so und dann zack und fertig und bis zu oben und so weiter und so fort. Das müsste doch eigentlich einigermaßen so hinhauen über den Wolken. Jetzt bin ich im falschen Rhythmus. Das sehe ich sofort. 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 Auch wenn ich hier relativ schnell unterwegs bin, das möchte ich mal sagen. Wow, also 25 Sekunden für den Scheiß. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Da muss jetzt alles sitzen. Ach du Scheiße. Also da muss man ja extrem flink sein, wie hoch geht. Das geht extrem hoch. Und das in 25 Sekunden? Wollt ihr mich verarschen? Wo finde ich denn da jetzt noch so ungefähr neun Sekunden, damit ich da so schneller bin? Also das ist ja der Wahnsinn. So, dann mache ich nämlich so, dann mache ich so und dann mache ich... Ja, dann mache ich nicht so, weil eigentlich ist es schon scheiße. Dann mache ich so und dann so und dann so und dann irgendwie so und dann... Nee, dann hat es schon mal nicht hingehauen. Aber ungefähr ist jetzt nicht so hundertprozentig blöd gewesen, wie ich es gemacht habe, aber trotzdem. Irgendwie funktioniert das denn? Äh? Ja, nee. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Vom zweiten Kugel will ich aus direkt dann hoch. Ich kann dann ja einen Wandsprung an die kleine Ecke da machen. Ups. Theoretisch könnte ich einen Wandsprung an die kleine Ecke da machen und dann nochmal einen Wandsprung zurück. Und dann jetzt auf den Parakupa und dann irgendwie drüber und so. Oder aber ich warte eben... Ja. Oder ich warte eben doch auf den dritten Kugel, Willi, damit ich da galant irgendwie nach oben schreiten kann. Aber ich glaube oder vermute oder denke, dass das... Das nimmt doch so viel Zeit in Anspruch, oder? Das erscheint mir nicht sehr zweckmäßig. Verdammt! Aber von den drei Parakupas aus ist es nicht mehr weit, oder? Glaube ich? Ich glaube. Aber glaube ich oder glaube ich nicht? Ich weiß es nicht. Ich müsste es ja eigentlich wissen, denn ich bin ja derjenige, der glaubt. Äh... Nee, Moment. Ich bin auf den dritten Kugel, Willi, gesprungen. Genau. Ja, da, 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 da. Das ist ja mal eine lustige kleine Herausforderung. Ich weiß, das werden mir jetzt viele nicht glauben unter Umständen. Aber das ist im Endeffekt das, worüber ich mich jetzt, oder worauf ich mich jetzt schon so ziemlich die ganze Woche gefreut habe. Endlich wieder mit den New Super... Verdammt! Er müsste auf den Parakupa da drauf, nicht immer am Flügel sterben. Warum auch immer er das macht, ich erlaube ihm das gar nicht. Egal. Aber ich habe mich schon eine ganze Woche darauf gefreut, auf diese New Super Mario Bros. New Herausforderung. Weil ich mir so denke, irgendwie, äh... Ja, ich will das. Ich will das einfach. Ich will mich quälen. Ich will irgendwie... Ich will der ganzen Welt beweisen, dass ich es kann. Dass ich es sehr gut kann. Und dass ich es kann, das steht offenkundig außer Frage. Ja, 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 ja. Ah! Ja, irgendwie... Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ich bin jetzt sogar viel zu schnell fertig, weil, äh, jetzt habe ich noch rund 10 Minuten, bis meine Wäsche fertig ist. Gut, dann könnt ihr ja direkt die nächste Herausforderung schon machen. So, ja. Das war ja wirklich... Das war nett. Ja, das war ein guter Einstieg für den Moment. Äh, was kommt beim nächsten Mal dran? Stachelgumba-Münzen ohne Wert. Joa, Münzsammlung. Passt. Okay, nehmen wir auch noch gleich mit. Aber eben erst. Gleich. Für euch dann morgen. Haha, äh, Herringway sagt für den Moment dann einfach mal chill mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.